So, jetzt haben wir endlich mal eine Map gefunden. Das heißt, ich muss nicht mehr ewig hin und her rennen. Ich kann jetzt auch skippen. Wer hat hier gerade geschossen? Wo kommt das rote Tuch auf einmal her? Was ist ein Gunshot? Nein! Das war's, ein Shot, gern. Wer schießt hier rum und wo kommt das Tuch her? Kann ich die Leiter einfach benutzen, um da runter zu kommen? Danke! Wow, das Animation. Ich gehe auch immer vorwärts in der Leiter runter. Ist am sichersten. Okay, die Isolierband. Einen Hebel. Nothing interest left here. Und hier versuchen wir wieder unsere Schmelznummer. Nein, das geht nicht. Das ist aber schade. Okay. Dann brauchen wir eine Spitzhacke oder sowas. Okay. Kann ich damit noch irgendwas am Auto gerade anfangen? Ich glaube nicht. Also gehen wir erstmal wieder rein. Einen Coin haben wir noch nicht gefunden. Guck mal, wir könnten vielleicht den Schlüssel einfach mal mitnehmen. Ich lasse ihn einfach hängen. Easy. War das hier? Ja. Eine Säge! Damit können wir endlich mal... Es war an der Branche, die auf dem Schmerz von dem Schmerz von dem Schmerz hörte. Es war Jessie, die Schmerz, die sterben in einem Schmerz. Genau in meinem Kopf. Okay, da ist eine Krankenschwester mit einem Feuer umgekommen und er war halt der Meinung, dass er sie gesehen hatte. Warum geht das nicht? Was ist das für ein Draht? Ist der aus Kinderhaaren gemacht oder so? Aus Kinderhaaren von toten Mädchen? Ich sag gerade noch, ich hab jetzt endlich eine Karte und muss nicht mehr hin und her switchen und mach's trotzdem. Easy. Ja, und schon hat die Säge ihren Nutzen verloren, weil eine Säge, wie wir wissen, kann man immer nur einmal benutzen. So, jetzt haben wir auch das Messer gefunden, was wir günstigerweise immer bei uns tragen. Im Auto, im Handschuhfach. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? I don't think I can cut the band. Warum kannst du mit einem Scheiß? Ich bin ins Mikro gekommen. Das rauscht zum Glück nicht. Ihr könnt's damit nicht öffnen, sie kann's mit dem Messer nicht öffnen. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Ich kann das mit gar nichts reparieren? Nein, weil das geht einfach nicht. Ich schaue den Play-Button. Eins. Ich sollte den Dirty-One cleanen. Ja, hier. Mach's sauber. Eins, sechs, fünf, neun. Alles klar. Eins, sechs. Warte mal, da fehlt aber noch ne Zahl. Ach ne, vier, sechs, fünf, irgendeine Zahl und neun, super. Vier, sechs, fünf, irgendeine Zahl. Machen wir erstmal die hier auf neun. Ah, vier, sechs, fünf, fünf, neun. Alles klar. Was haben wir hier? Blut! Es ist Blut! Oh nein, es ist Blut! Die Broschüre war mit Absicht hier gesetzt. Was ist das denn? Ein Emblem, mir so viel war mir dann auch bewusst. Check ich auf, dass der Big-Box geht. Wait. Was hab ich noch nicht gefunden? Eine Nummer hab ich grad nicht zum Anrufen. Wo hab ich denn jetzt noch was zu erledigen? Was hab ich denn hier am Eingang? Ah, krieg ich das vielleicht mit dem Messer auf? Nö. Ah, mit dem Hebel. Hahaha. Was will ich denn jetzt hier? I've only had a quarter. Ich hab keinen Quarter. Im Pleine. Hier seh ich immer noch nichts, da fehlt mir halt immer noch das Licht für. Am Auto gibt's noch was zu tun. Aber was? Ah. Ah. Alles klar. Die einzigste Idee, die mir jetzt nicht gekommen ist. Und jetzt? Natürlich geht es nicht. Ich brauch die Autobatterie. Warum auch immer. Ich brauch die Autobatterie. Ein Heat ist special. Ein special. Ein special. Gott, ich bin special, Alter. Wieso kann ich denn mit dem Messer nicht das da durchschneiden? Wieso geht das nicht? Ich verstehe es nicht. Aber wir haben hier, fällt mir grad ein, können wir noch den Hebel dransetzen. Zack. Okay. Let's say Skate Control. Okay, können wir jetzt dann vielleicht vorne das Ding hier... Nee, irgendwas ist immer noch nicht ganz richtig. Irgendwes ist immer noch nicht richtig. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich weiß gerade, ob ich die Bürste überhaupt brauche. Ah, hier ist jetzt das Licht. Jetzt können wir hier die Birne rausholen. Und dann... Perfekt. Und die reindrehen. Wunderbar. Jetzt haben wir auch ein bisschen Licht hier. Räumen das mal beiseite, junge Dame. Ach gut, dass wir noch unseren... Das funktioniert, weißt du? Aber Kabelbinder kann sie damit nicht durchschneiden. Weil das ist einfach nicht möglich. Oh, geil Drogentütchen. Nein, das ist nur ein Schlüsselbund mit Keys und noch ein Tape. Ja, das war's Muster. Ja. Nicht das, ist da noch irgendwas? Nö, ich glaub das Ding ist leer. Jo, welche haben wir denn hier? Ach, hier brauchen wir schon wieder einen Schlüssel. Äh... So much Schlüssels. Ist gleich ein Schlüssel dabei. Erwartet mich hier irgendwo ein Minispiel mit alten Schlüsseln. Was hält ich mit alten Schlüsseln? Sie sind alt und schlüsselig. Ah, da unten liegt noch was gar nicht gesehen. Ich weiß, dass sie hier wäre. 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 Aber diese Zeit fühlt sie näher. Ah, Gate Controls. Aber zuerst einmal müssen wir natürlich... Schlüssel sortieren. Alles klar. Du kommst da hin. Ich glaub die goldenen sind mitunter am einfachsten am Anfang. Nee, du bist falsch. Ich hab nix gesagt. Einige von denen scheinen gar nicht zu passen. Zack. Kussentechnisch. Bist du da hin? Ähm, was haben wir denn hier noch? Nein, das bist du nicht. Du gehörst da hin. Dann gehörst du da hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Nope. Äh, was ist denn platziert? Du gehörst da hin. Du kommst da hin. Der hier kommt wahrscheinlich da hin. Nope. So. Tada. That might be useful. Ach. Erzähl keinen Scheiß. Nützliche Dinge. Hör auf. Und brech ihn ab. Es war so klar. Gut, dass wir noch unsere Zange haben. Ach du Kacke. Was ist das denn hier? Adelux. Ja. Wir brauchen Sicherung. Die hab ich aber nicht. Ich. I wonder why the store is here. Das fragen wir allerdings auch. Okay. Das hilft uns jetzt nicht sehr viel weiter. Muss auch noch irgendwie mal das Ding draufkriegen. Hier stopft das da rein. Gerade egal. Da kann ich nichts machen. Hat dran irgendetwas übersehen, glitzert und funkelt alles, aber wirklich was zu gebrauchen ist hier nicht. Wird auf zu finken und halt zu funkeln. Die kann ich auch nicht mehr... Die turnet auf level, gell? Was soll ich denn jetzt hier spiel? Kann ich immer noch nichts machen? Und wozu ist das Emblem? Die Stelle habe ich noch nicht gefunden. Huch! Das wollte ich gar nicht. Es sieht sehr frisch aus. Wenn es nicht Blut ist, was könnte es sein? Vielleicht Dreck, Modder, Schnodder, irgendwas. Nicht nur Blut kann flüssig sein, auch Rotze oder andere Dinge. Hier ist irgendetwas, was ich tun kann, aber ich bin geradezu doof, was zu finden. Was ich tun kann. All I need to do is cut the wire. Ja, will ich ja. Macht der aber nicht. Ich will es ja durchschneiden. Vielleicht hier mit dem Emblem. Komm, ey. Mit dem Emblem jetzt aber zack. Nein, mit dem Messer will es ja auch nicht. Warum funktioniert das mit dem scheiß Messer nicht? Ich verstehe es nicht. Hier, mit dem Tuch. Warte mal, ich könnte mit dem Messer, da fällt mir gerade ein, ich könnte mit dem Messer eigentlich, wahrscheinlich wird es nicht funktionieren. Aber ich könnte versuchen, hier das Ding rauszupicken. Sag ich doch, es funktioniert nicht. Hier, nimm das Emblem. Nimm das Emblem. I should clean the snow. Warum machst du die nicht mit einem... Ich weiß, dass sie diese scheiß Bürste dafür haben will. Aber ich kriege diese Bürste nicht ab. Ah, hör doch auf damit. Warum? Es ist ein scheiß Messer. Mach es einfach. Ich werde mir die Nachtsichtlampe, meinetwegen. Ich verstehe es nicht. Es ist ein scheiß Messer. Was will die denn? Eine Glasscherbe? Hier liegen genug rum. Nimm dir eine. Sind sogar noch alle blutig und schön verschmiert. Hier, nimm dir irgendeine. Da ist ein Coin hinter. Ach so, seriously. Das Ding kriege ich damit verbogen. Aber ein scheiß dünnes Stück Seil nicht aufgeschnitten. Alles klar. Ich wollte eigentlich Geld klauen, aber nehmen wir den Schlüssel mit ist auch okay. Oh, guck mal. Genau das, was wir brauchen. Ich koste gleich im Dreieck. Ja, zwei der Wachmänner. Schön. Und ganz zufällig haben wir natürlich jetzt das richtige Werkzeug um das Ding aufzuschneiden, weil es mit einem scheiß Messer ja auch nicht geht. Ach, geh doch einfach nach Hause, ey. Ohne Witz. So, hier, mach den Schnee weg. Äh, hallo? Ah! Muss ich auch noch selber machen. Ah! Ist das ein Gesicht? Bin ich das? Ah! Zerstörung. Eine Maske. Okay. Es gibt ja die Kacke. Da, was ist das? Ja, das frage ich mich auch bei der Animation. What the hell! What the hell! Wofür habt ihr so lange gebraucht wenn das trotzdem irgendwie komisch aussieht? Ich mach nur Spaß! Wir sind ja noch am Anfang. so autobatterie mitgenommen easy guck mal dafür haben jetzt natürlich auch exakt das richtige war mit messer kann man kabelbinder nicht schneiden nein 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 ich hoffe ihr habt daraus gelernt liebe kinder es funktioniert nicht place the new in der korrekten position warte mal b1 ich habe keine ahnung okay das ist richtig okay alles klar okay okay jetzt sollten wir das tor aufmachen können ich frage mich warum ich immer noch so viel kram im inventar habe but let's open the gate check power na toll was ist jetzt passiert natürlich ist die batterie jetzt durch geschmolzen aber kein glück dass unser auto natürlich verunglückt ist und wo ist das ding denn jetzt ob wir natürlich eine super frische saftige autobatterie dabei haben okay 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 Untertitelung des ZDF, 2020